Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Ich bin hier im Messlabor für Camcorder. Hier testen wir all unsere Modelle, die wir bekommen für die Zeitschrift und für unseren Kanal auf YouTube. Und genau um den geht es. Wir wollen zum Ende des Monats 1000 Abonnenten haben. Seit einem halben Jahr machen wir den YouTube-Kanal jetzt ganz intensiv, haben in der Zeit ordentliche Abonnenten dazu gewonnen. Das freut uns, aber wir haben noch mehr vor. Und genau, ihr seid gefragt, abonniert uns. Guckt einfach mal rein. Wir haben ganz viele wirklich spannende Videos online gestellt. Wir haben uns deutlich verbessert. Und für euch gibt es auch noch was, weil wir haben was zu verlosen. Der ist es nicht. Leider würde ich euch gerne anbieten, geht aber nicht. Aber es ist nicht so schlecht, was ich euch anbieten kann, nämlich drei Pakete von Cyberlink. Einmal, die Director Suite von Cyberlink ist ein Paket, kostet irgendwie, Manuel, was kostet sie? 250 Euro. 250 Euro ist also wirklich ein ordentliches Paket, mit dem man ganz viel machen kann. Eine Nummer darunter liegt der PowerDirector. Kostet normalerweise, glaube ich, so um die 120 Euro. Ist immer auf der Webseite für 100 Euro angeboten bei Cyberlink. Also auch schon eine Schnittsoftware, mit der man fast alles machen kann. Teilweise produzieren wir auch unsere Videos damit. Nicht alle, ich gebe es zu. Aber wir schneiden ja auch mit ganz unterschiedlichen Produkten, weil genau das ist ja unsere Kernkompetenz. Aber wir haben nochmal was, nämlich das Fotoprodukt von Cyberlink. Auch das gibt es zu verlosen. Und zwar unter allen Abonnenten, die uns bis Ende des Monats abonniert haben. So wir den 1000 Abonnenten haben. Und das liegt nun an euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr uns auch noch über die 1000 abonniert, umso mehr. Also legt los. Bis denn. Ciao. Ciao.